Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ProCast, dem Podcast der ProLife GmbH und heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast bei mir und die aufmerksamen Zuschauer werden sehen, dass ich den Florian Müller schon mal zu Gast hatte vor fast genau einem Jahr und wir hatten ein sehr, sehr unterhaltsames Gespräch und wir haben uns jetzt vor ein paar Wochen ausgetauscht und haben gedacht, ja wir lassen doch das Ganze nochmal Revue passieren und schauen mal, was wir vor einem Jahr so gesprochen haben und wo wir aktuell so stehen. Also bin ich ganz, ganz gespannt, was wir heute gemeinsam besprechen werden. Lieber Florian, schön, dass du uns heute wieder deine Zeit schenkst. Ja Felix, ich habe zu danken für deine Einladung. Florian, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, also letztes Mal, das ist schon fast wieder ein Jahr her, über das Thema Sparen an sich und auch so ein bisschen der Sparvertrust in der Bevölkerung, den wir damals schon mal wahrgenommen haben. Es ist ja nicht unbedingt besser geworden. Also gefühlt nimmt der Sparvertrust immer weiter zu und man muss sich ja schon ehrlicherweise die Frage stellen, lohnt sich Sparen überhaupt noch oder sollte ich nicht lieber das Geld heute auf den Kopf hauen, auf gut Deutsch, weil es in Zukunft ja deutlich weniger wert sein wird, weil ich mir damit deutlich weniger Träume erfüllen kann, weil ich nicht weiß, was in Zukunft passiert. Und ich habe auch eine ganz interessante Beobachtung. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei uns in Ingolstadt ist es so und das unterstreicht so ein bisschen meine These. Die Restaurants sind voll, die Bars sind voll. Du kannst nirgendwo mehr hingehen, ohne nicht schon vier Wochen davor gefühlt reservieren zu müssen. Und auf der anderen Seite spricht ja so die Vermögenslage der Deutschen eine ganz andere Sprache. Aber siehst du da irgendwie eine Korrelation zwischen dem Thema Schleichen, also Wohlstand, der so ein bisschen verloren geht und auf der anderen Seite trotzdem das Konsumverhalten, das ja immer noch sehr, sehr hoch ist? Gute Frage, Felix. Damit, also augenscheinlich bekomme ich das auch subjektiv mit. Einerseits ist es so, wie du sagst, das ist auch hier in Wiesbaden, wo wir ansässig sind mit unserer Gruppe, der Fall, gerade jetzt, wenn schönes Wetter ist, die Leute, das säumen die Straßen und es ist ein pulsierendes Leben. Ist ja auch wunderschön zu sehen. Gleichzeitig merke ich bei uns, das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, dass die Leute bei uns immer weniger Gold zu uns bringen, sondern eher ihr Gold bei uns verkaufen. Also nur mal als kleine Randnotiz, wir haben doppelt so viel Verkauf, also Leute, die uns ihre Edelmetalle bringen, wo wir dann praktisch in Fiat-Geld die Liquidität auszahlen. Und das ist so eine Kontroverse. Ich glaube, das hat damit zu tun, das ist so meine Vermutung, dass jetzt nach dieser langen Corona-Zeit zwei, drei Jahre sind natürlich auch die Ersparnisse deutlich gestiegen in der Zeit. Man konnte ja auch nicht gastronomischen Aktivitäten nachgehen etc. pp. Und das wird jetzt im Überdruss praktisch verbraucht. Wir sind aber teilweise schon an dem Punkt, wo diese überschüssigen Ersparnissen aufgebraucht sind. Also gerade, da habe ich neulich erst eine Studie gesehen, dass in Amerika dies der Fall bereits ist, dass die Sparquoten auch, und jetzt sind wir beim wichtigen Thema, aufgrund auch der gestiegenen Inflationsraten in der Mittelschicht erodiert, in dem Sinne, dass letztendlich, wir sehen es auch bei uns an unseren monatlichen ratierlichen Sparplänen, die teilweise zurückgehen, weil es bleibt immer weniger Geld am Monatsende übrig, was die Leute auf die Seite legen. Zu deiner Frage, ich glaube, es gibt da kein, ja, es ist von Person zu Person unterschiedlich. Also ich bin da immer so dieser Freund von Ausgewogenheit. Man sollte sich selber belohnen für seine fleißige Arbeit, aber im Gegenzug auch was, wie du sagst, Sparen, weil Sparen ist ja letztendlich Konsumverzicht heute für Konsum morgen. Und das erachte ich immer so für eine ausgeglichene Balance. Es gibt ja da auch viele interessante Experten, die sagen, ja, man soll bei jeder Gehaltserhöhung beispielsweise, lassen wir es mal 50 Euro sein, oder 100, nehmen wir mal 100, 50 Euro auf die Seite und 50 Euro für zusätzlichen Konsum. Ich denke, da belohnt man sich dann auf beiden Seiten. Einerseits tut man das für seine Vorsorge, andererseits belohnt man sich dann schon mit Konsum. Natürlich gibt es auch Leute, die jetzt im Konsum da gar nicht aufgeben, aufgehen oder es ist ja immer nur eine kurzzeitige Befriedigung. Ist wahrscheinlich so typologieabhängig. Ich glaube, eine Sache ist ganz, ganz interessant. Also ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen in dem Thema. Die 1920er Jahre des letzten Jahrtausends und Jahrhunderts, die waren sehr dadurch geprägt, dass es ganz, ganz viel wirtschaftliche Unsicherheit gab, ganz, ganz viele Depressionen, wirtschaftliche Krisen. Auf der anderen Seite haben da ein paar Branchen, sind da extrem groß geworden in den Jahren. Also gerade die Filmindustrie, die Unterhaltungsindustrie, die Tabakindustrie, die Alkoholindustrie. Also die sind unfassbar groß geworden in den Jahren. Und wenn man dann so ein bisschen das ganze Revue passieren lässt und ein bisschen recherchiert, war das ganz spannend. Selbst in den dunkelsten Tagen der Wirtschaft, wo wirklich, wir hatten ja Arbeitslosenzahlen, die waren ja irgendwie bei 25 Prozent oder so, waren trotzdem die Cafés voll, es waren trotzdem die Restaurants voll, die Leute haben trotzdem gefeiert, die wollten sich ablenken. Und die Quintessenz dieser Studie war, dass je schlechter es den Leuten geht, die Leute sich umso eher ablenken wollen, um eben nicht den ganzen Tag sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass die Situation nicht wirklich toll ist, sondern halt dann irgendwie mal am Abend gerade sein lassen und sagen, gut, okay, das bisschen Geld, das ich noch habe, das haue ich halt raus für drei Whisky-Cola oder sonst irgendwas. Ja, also da stimme ich dir auch vollkommen zu. Wir haben jetzt, du hast es angesprochen, vor 100 Jahren eigentlich die große Inflationswelle, Hyperinflation gehabt in Deutschland. Und das prägt natürlich auch unsere Gene, auch wenn wir jetzt mittlerweile in der dritten, vierten Generation sind. Und man muss auch sagen, Felix, es ist ja auch, gut, wir sind noch relativ jung, aber es gibt natürlich auch große Vermögen, die sich da aufgebaut haben über die Jahrzehnte, die jetzt auch einfach oftmals verbraucht werden. Und wie du sagst, je schlecht es der Wirtschaft geht und je höher auch die Inflation oder die objektiven Zahlen, geben das zwar nicht wieder, aber es ist ja zwischen der Waren und der tatsächlichen Inflation auch ein Riesenunterschied. Dann braucht man letztendlich den Barbestand auf. Ist ja auch so, Felix, du musst auch so sehen, ich weiß nicht, das Mediam-Bruttoeinkommen liegt bei, ich glaube, um die 4.000 Euro brutto. Gerade in Großstädten wie du jetzt, wo du ansässig bist, in Ingolstadt, Wiesbaden, hier bei uns im Speckgürtel, Frankfurt, Darmstadt, Mainz, wo die Preise halt horrend sind. Es ist halt wirklich schwierig, da auch mit dem Arbeitseinkommen dann vielleicht noch 150, 200 Euro anzusparen oder 50 Euro, oftmals auch mit Entbehrlichkeiten verbunden. Und dann sagt man sich auch, okay, dann ist ja auch kein Vorwurf indirekt, sondern sagt man, okay, ich benutze das einfach jetzt für meinen schönen Tag zu genießen. Das Eis in der Sonne muss ja auch nichts Ausgefallenes sein, aber ich glaube, für die Kugel 1 ist man mittlerweile schon bei 2, 3 Euro. In Zürich war ich neulich, da bist du bei einem Bahnhof für 6, 7 Schweizer Franken mittlerweile angekauft. Da schmeckt das Eis dann auch nicht mehr. Da schmeckt das Eis dann besonders, da musst du es besonders genießen für den Preis. Ja, ich glaube schon, also da hast du schon recht. Das Thema ist halt, es spielen wahrscheinlich noch ein paar andere Themen auch eine Rolle. Auf der einen Seite natürlich, dass einfach das Geld nicht da ist, was auf die Seite legen zu können, aber auf der anderen Seite natürlich auch exogene Faktoren, die ihren Einfluss haben. Also ich meine, braucht man keinen Hehl draus machen, auch diese ganzen politischen Verwerfungen, die wir haben, national, international, auch dieses Thema der Fiat-Geld-Währungen, des Euros, des Dollars, die ja immer noch nicht ausgestanden sind. Also du hast vorhin was Interessantes oder was ganz Wahres gesagt, Florian. Inflation scheint kein Thema mehr zu sein, aber ich glaube, im Geiste sind wir zwei zumindest uns einig, dass es immer noch der größte Feind eines jeden Sparers ist und dass wir immer noch von ganz, also von horrenden Inflationsraten sprechen. Natürlich nicht auf breiter Ebene, nicht überall und es gibt bestimmt auch wieder Faktoren, wo wir in eine deinflationäre Phase jetzt reinkommen. Aber nichtsdestotrotz, ich kann das, und du hast es auch gesagt, man kann es niemandem böse nehmen, wenn jemand sagt, hinter mir die Sintflut, bevor ich 200 Euro auf die Seite lege, gehe ich lieber zweimal im Monat mit der Frau schön essen und habe dann hoffentlich noch einen schönen Abend, als dass ich 200 Euro auf die Seite lege und gar nicht weiß, was bringt mir das in Zukunft? Habe ich davon noch was oder gar nichts mehr? Also lieber heute, als dann irgendwann vielleicht morgen. Wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, Felix, genau diese, jeden Tag diese negativen Botschaften in den Medien, das macht ja auch was mit deinem Körper mit. Du bist ja dann ständig, also wenn du jeden Tag vor der, ich sage es jetzt mal salopp, vor der Klotze sitzt und dir die Nachrichten reinziehst und diese Hiobsbotschaften weltweit mit da politische Unruheherde, da Geokonflikte, Kriege etc. Und das sind die Leute halt überdrüssig. Dann sagen sie sich so, das Leben besteht doch, man sollte sich ja jeden Morgen Affirmationen da auch implementieren. Man muss ja auch dankbar sein und sich auch mal das Leben genießen und sich auch mal was gönnen. Und das ist, glaube ich, auch so diese Phase, wo wir mittlerweile sind. Und das ist das, was du ja auch angesprochen hast. Sind wir auch mal, um es mal ganz ehrlich, mit 100, 200 Euro, wenn du das langfristig sparst, du kommst halt trotzdem nicht zu einem, sage ich mal, großartigen Vermögen. Und dann diese Entbehrlichkeiten jetzt in Kauf zu nehmen, 10, 20 Jahre und wer weiß, was in 10, 20 Jahren ist, so ist mein Empfinden, dass das letztendlich immer in so einem ausgewogenen Verhältnis steht. Natürlich gibt es dann eben diese ganzen Frugalismusbewegungen, die dann, sage ich mal, ihre Ausgaben so optimieren nach unten, dass sie nur noch sich von einem trockenen Toastbrot und Wasser ernähren, wo ich auch irgendwie einen falschen Ansatz sehe. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber um mal eine Sache aufzunehmen, du hast gerade gesagt, diese negativen Nachrichten, die die ganze Zeit auf uns einprasseln. Also auf euch prasseln ja die ganze Zeit jetzt eigentlich nur positive Nachrichten ein, weil der Goldpreis, der kommt ja vom einen hoch ins nächste und ich bin ja kein ausgewiesener Goldexperte, aber selbst an mir ist es nicht vorbeigegangen, dass der Goldpreis irgendwie bei 2.300 Dollar oder sowas mal sogar dotiert hat, der mit Abstand höchste Preis. Ist das für euch gut oder ist das für euch schlecht? Ich kann das nicht einschätzen. Also bei uns ist es letztendlich so, Felix, wir profitieren ja von beiden Seiten. Also einerseits haben wir ja eine Händlermarge. Also ein Kunde kommt zu uns, entweder er bringt uns ein Edelmetall, beispielsweise eine Goldmünze. So, dann bieten wir ihm einen Preis an, die transparent am Markt gegeben sind, beispielsweise auf Gold.de, ein unabhängiges Vergleichsportal, wo er praktisch alle Preise auch vom An- oder Verkauf transparent sehen kann. Dann kommt er in unser Ladengeschäft und bekommt diesen Preis. Der wird alle 5 Minuten aktualisiert, nach dem börsentäglichen Handelskurs abzüglich dann unserer Marge. Mittlerweile ist es aber so, wie du es angesprochen hast, aufgrund des gestiegenen Goldpreises, jetzt bei über 2, 3 aktuell, dass viele, das ist das, wo wir wieder am Punkt sind, ihre Edelmetalle zu uns bringen, weil der Preis augenscheinlich hoch erscheint. Und die denken, jetzt ist er so hoch, jetzt muss ich das liquide machen. Aber dann sind wir wieder beim anderen Thema. Jetzt wechsle ich einen Sachwert, ein limitierter Sachwert wie Gold, wieder in eine Fiat-Währung. Und da hast du ja auch dein Primus drauf, dein Branchengeschäft. Das Geld ist ja in Fiat-Währung. In welcher Art und Weise es letztendlich gefangen ist, ob das jetzt nachher eine Versicherung ist, ob das Festgeld, Tagesgeld ist. Aber es ist in einer nicht limitierten Papiergeld-Währung gefangen, die wahlweise von den Notenbanken unendlich expandiert werden kann. Und das muss letztendlich den Leuten bewusst werden. Und dann spielt auch der Goldpreis keine Rolle, weil er wird sich langfristig, unseres Erachtens, weiter nach oben entwickeln. Also das Thema, man hört ja immer mal wieder so diesen flapsigen Satz, Gold ist nie zu teuer. Aber dem würdest du zustimmen, oder? Definitiv. Also ich habe sogar das Credo, dass es zu jeder Zeit Sinn macht, sich Gold anzuschaffen unter der Prämisse. Und das sollte man eigentlich beim Investieren auch haben. Der langfristige, das langfristige Anlagehorizont, also sprich 5 bis 10, im Optimalfall sogar über Dekaden, weil über Dekaden und familienübergreifend sind dann die richtig großen Vermögen entstanden, die sich dann akkumuliert haben über den Zeitverlauf. Dadurch, dass ganz normale exponentielle Funktionen über die Zeit dann sich das alles noch schneller akzeleriert nach oben. Jetzt ist natürlich eine Sache, je jünger die Leute sind, und ich schließe mich da nicht aus, umso ungeduldiger werden wir. Das hat natürlich auch viel mit dem Thema zu tun, dass wir durch Social Media und so natürlich auch zur Unruhe getrieben werden. Wir wollen immer neue Updates, wir sind ungeduldig, wir brauchen schnell was Neues. Jetzt ist natürlich das Thema Sparen in Gold, ich kaufe mir Gold, okay, das ist fein, aber das ist natürlich nicht spannend, also da passiert ja nicht viel. Das ist ja genauso unspannend, sage ich jetzt mal, wie eine Lebens- oder Rentenversicherung, da sparst du ein, passiert auch nicht viel, da kriegst du vielleicht noch ein Update, alle scheiß lang, aber sonst ist es auch nicht spannend. Gibt es denn sowas, ich weiß es schlichtweg nicht, aber gibt es denn sowas wie so eine Art Trading mit Gold oder so? Naja, würde ich dir leicht widersprechen, Felix, spannend ist es ja schon, du hast nachher eine Goldmünze in der Hand und beispielsweise sitzt an einem verregneten Sonntag irgendwie daheim, hast einen schlechten Tag oder irgendwie Stress mit der Freundin und kannst dich trotzdem diesem Goldbarren dann erfreuen, weil der glänzt und glitzert. Du hast was Haptisches in der Hand. Okay, fair. Aber nein, um nochmal zurückzukommen auf das Thema, klar, es ist bei Wertpapier-Depots, Aktien, ETFs, die du dir ins Depot kaufst oder bei Lebens-Rentenversicherung, wo du, glaube ich, einmal im Jahr dann einen Auszug vom Versicherer bekommst, wo eine fiktive Zahl draufsteht, die am Ende meistens dann doch nicht eintritt, weil dann sämtliche Gebühren vorneweg mit dem Adjo etc., was alles in implizierten Kosten drin ist, dann abgezogen wird und dann werden die meisten Leute dann enttäuscht vor ihre Tatsachen gestellt bei Endablauf. Ja, das ist immer wieder spannend zu sehen. Das Thema ist, ich habe jetzt, können wir mal kurz einwerfen, so als Exkurs, ich habe jetzt letztes Mal erst einen Vertrag zugesandt bekommen von einer Kundin, die hatte einen Rürup-Vertrag abgeschlossen, Ende des letzten Jahres, also der war vielleicht zwei, drei Monate alt in dem Moment und hat sich dann aufgrund eines Videos von uns mal damit beschäftigt, wie die Kostenstrukturen sind und hat die Auskunft auch bekommen von der Versicherung, also das muss man der Versicherung zugute halten, aber die Kosten, die da drin ausgewiesen sind, das kannst du dir nicht vorstellen, also das war so, 20.000 Euro pro Jahr, die da eingezahlt worden sind, die Abschlusskosten wurden auf drei Jahre gerechnet, also insgesamt 60.000 Euro, darauf 2,5% einmalige, sofortige Abschlusskosten, da sage ich sogar nicht, das geht, ist okay, aber der zweite Part war dann, auf die 20.000 Euro, die jedes Jahr eingezahlt wurden, wurden 9% Verwaltungskosten genommen und dann nochmal zusätzlich on top auf das Gesamtvermögen 1,1% pro Jahr. Das heißt, du bist ganz schnell bei 3.000, 4.000 Euro pro Jahr Kosten und diese Dinger werden heute noch verkauft, also all diese Bestrebungen und auch die schönen Ausformulierungen und Pressemitteilungen der Versicherungswirtschaft, ja, also diese Provisionsgiererei, die hat aufgehört, nein, also die Dinger werden immer noch genauso verkauft und der Kunde kommt, da gab es jetzt auch eine schöne Studie vom, ich weiß gar nicht, von einem Verbraucherverbund, die ja gezeigt haben, dass Leute mit Rürup- oder Riesterverträgen vor allem im Durchschnitt über 100 Jahre alt werden müssen, damit sie die eingezahlten Beiträge wiedersehen, also ich wünsche ja jedem ein langes Leben, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jeder Versicherungsnehmer über 100 Jahre alt wird und wir sprechen da ja nicht mal über das Thema Kaufkraftentwertung, das wird ja noch on top oben drauf kommen, ja, das ist schon verrückt. Ja, da fühle ich mit dir, also ich bin da auch im Kerne, was das Thema Aufklärungsarbeit betrifft, ich bin selber so ein gebranntmarktes Kind, früher, ich meine 2, 4, wurde ich auch, sage ich mal, Opfer einer vorgebundenen Rentenversicherung, mit dem vertrieblichen Lockangebot, dass es ja noch steuerfrei sei, in dem Jahr, und klar, diese AGBs, ganz ehrlich, Schriftgröße 5 auf 90 Seiten, die liest kein Mensch durch, vertraut letztendlich seinem Berater, der allerdings nur auf seine Abschluss- und Bestandsprovisionen dann langfristig brucht und oftmals, revidiere mich, wenn ich falsch liege, es gibt immer noch immer mehr Versicherung, Lebensversicherung als Einwohner. Ja, nicht mehr ganz, weil wir ja mittlerweile sehr viele Einwohner haben und Deutschland ja so viele Einwohner wie noch nie hatte, aber die Zahl ist relativ pari tatsächlich, also ich glaube 81,8 Millionen Verträge und ich glaube 84 Millionen Einwohner, also wenn man mal die über 65 und die unter 18 weglässt, hat im Durchschnitt jeder Bürger so 1,5, 1,8 Policen immer noch in der heutigen Zeit und das, obwohl wir beide uns hier aufarbeiten mit Aufklärungsarbeit, mit Inhalten, mit guten Worten, mit allem, was nötig oder möglich ist und nichtsdestotrotz kriegen wir auf YouTube ein paar tausend Klicks und eine süße Katze, die irgendwie rumspielt, kriegt halt eine Million Klicks und das ist aber das Problem unserer Gesellschaft leider auch, dass sich halt niemand damit auseinandersetzen möchte und es ja auch immer ausreden, deswegen habe ich vorhin die Frage an dich auch so provokant gestellt, jeder hat ja auch immer ausreden parat, etwas nicht zu machen und die Ausrede gerade, könnte ich mir gut vorstellen, ist, also ich habe das selber im Umkreis jetzt schon gehört, Gold ist so teuer, kann ich gar nicht mehr kaufen, geht nicht, also so teuer, früher hätte ich es machen können, aber jetzt geht es nicht mehr. Ja, also das mit der Frage werde ich ja auch jetzt konfrontiert, immer wieder von Kundenseiten, jetzt kann man doch kein Gold mehr kaufen, weil letztendlich der Goldpreis zu hoch ist, dann sage ich mal, ja, in welchem Verhältnis ist denn der Goldpreis zu hoch? Im Vergleich zu der, er wird ja in Dollar gemessen, das kann man nicht als Referenzbein sehen, sondern eigentlich müsste man die Geldumlaufmenge nehmen, also wie schnell vermehrt sich das Geld im Vergleich zu Gold und da sind wir noch relativ unterbewertet und wir haben halt historisch betrachtet, hier messbar seit über 5000 Jahren, wo Gold letztendlich, es gibt da schöne Beispiele, wo Gold letztendlich die Kaufkraft immer erhalten hat, egal wie hoch die Inflation war und nochmal zurückzukommen auf dein Versicherungsthema, ich glaube, das liegt halt wie gesagt an der Geschichte, an dem Gen, dass wir Deutschen da haben vor 100 Jahren diese Hyperinflation, wir hatten schon verschiedene Währungen, die hops gegangen sind, die nächste Euro wird es auch, sage ich mal, in der Form auch nicht mehr lange geben und den Dollar auch nicht, da versuchen ja auch die Brickstaaten immer mehr zu expandieren, hinsichtlich Gold und die Hegemon des Dollars in den USA dazu gefährden, dass diese Versicherungsthematik so tief in einem Rücken rührt, dass der Deutsche sich dagegen absichern muss gegen solche Ereignisse aus der Vergangenheit wie Hyperinflation, wie Geldentwertung, jedoch immer mit dem Falschen unter der Prämisse, okay, das ist alles geschützt unter dem Schutz, es ist eine Versicherung, die sichert dich ab, aber im Kern ist es ja so, dass es muss das Geldsystem verstanden werden, wie du sagst, ich habe viel im Umkreis, boah, es gibt jetzt auch Festgeld, Tagesgeld teilweise, Neoproger mit 4% Zinsen, dann lege ich das Geld an und sage ich ja, das macht ja überhaupt, in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, ja, weil es ja kein Sachwert ist, also klar, natürlich hat ein Sachwert auch Schwankungen, der Immobilienbereich ist die letzten paar, ein, zwei Jahre deutlich nach unten abgestürzt, im Gegenzug sind aber Bitcoin, Gold und Aktien gestiegen, es hält sich Paria beim langfristigen Turnus, steigt auch bei Wohnimmobilien, ich glaube, die letzten 100 Jahre sind wir da auch bei über 4% Rendite, im Aktienmarkt, MSCI World sind wir bei 8,5, bei Gold auch um 8,5, wobei du halt auch noch den Vorteil hast, der Steuerfreiheit, was du bei Aktien beispielsweise nicht hast, deswegen ist das so ein ausgewogener Mix, wenn man es machen kann und das geht auch bei allen Anlageklassen ab kleinen ratierlichen Sparbeträgen, meines Erachtens immer sinnvoll. Definitiv sinnvoll, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass, und das ist interessant zu sehen, dass mit den verschiedensten Argumenten die Leute weiterhin in die Bank und Versicherungsprodukte reingedrängt werden, also auch mit vermeintlichen Sachwerten, das ist ja auch so eine Sache, ich meine Sachwert ist ja nicht gleich Sachwert, jetzt ist dieses Thema, also das einzig Wahre für den Vermögensaufbau der Sachwert ist, da sind wir uns alle einig und es ist auch Fakt, darüber braucht man nicht diskutieren, weil das zeigen die ganz großen Vermögen, die sind immer mit Sachwerten groß geworden. Dass du fürs Leben und fürs Geschäft vor allem, dass du Fiat-Geld-Währung brauchst, um das tägliche Leben abzubilden, ist auch Fakt, auch da braucht man nicht drüber diskutieren. Das Thema ist aber, jetzt werden zum Beispiel das Thema der Sachwerte wird jetzt aufgegriffen von den Banken und Versicherungen, weil die sagen, ah, da wird gute Arbeit geleistet in dem Sachwertbereich, das müssen wir dem Kunden verkaufen und jetzt wird dem über irgendein Konstrukt, das geschaffen wird, um den Sachwert herum wieder ein Geldwert verkauft, im Mantel eines vermeintlichen Sachwertes, also zum Beispiel so Immobilien, was Nachrang, Darlehen oder sonst irgendein Zeug oder irgendwelche Futures auf Gold oder so, wo du halt 100% weiter im Geldversprechen gefangen bist, aber das mit dem Mantel und der guten Story der Sachwerte verkauft wird. Also Sachwerte ist definitiv auch nicht gleich Sachwerte. Ja, da muss man ganz behutsam vorgehen, wenn man sich in dem Bereich auch nicht auskennt, wie du sagst. Und ich bin da auch immer ganz pragmatisch der Meinung, was man nicht versteht, soll man bleiben lassen. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse von einem der reichsten, erfolgreichsten Anleger der Welt, Warren Buffett, der auch seine Finger in Sachen nie drin hatte, die er nicht von Grund auf das Geschäftsmodell verstanden hat. Und ich glaube, das sollte man sich da immer vor Augen führen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Oftmals ist natürlich auch die Gier ausschlaggebend bei vielen, die einen in den Ruin führt. Also ich könnte noch ein Buch schreiben, wo ich mich frage, ey, was geht denn den ihren Köpfen ab? Es gibt Sachen, wo ich mich frage, das ist vernünftiger. Du brauchst erst mal einen gewissen Baustein. Wenn du mal einen gewissen Betrag hast, bau dir doch erst mal eine Substanz auf und der Rest, was vielleicht überschüssig ist, das kannst du natürlich nach deiner Matrix, je nach Risikoverbundenheit, dann auch spekulativ investieren. Aber teilweise, also da fragst du dich wirklich teilweise, was da ist. Ja, gut, das ist wirklich, das ist halt auch, das haben wir letztes Mal schon besprochen gehabt, dieses Thema finanziellen Bildung in Deutschland, die halt ganz häufig fehlt und jetzt hast du von einem siebenstelligen Betrag gesprochen, das ist natürlich nicht Usus bei den Leuten, aber egal, um wie viel Geld es sich handelt und wenn es 5000 Euro sind, 10.000 Euro, 50.000 oder 5 Millionen, das ist vollkommen Banane, es ist immer Geld, das irgendwo hart verdient worden ist, das im Zweifel auch immer schon versteuert worden ist und ich finde, es gebührt einfach der Respekt der Arbeitskraft oder dem Geld gegenüber zu sagen, hey, ich kümmere mich darum und wenn man dann keinen Bock hat, sich darum zu kümmern, weil man sagt, boah, jetzt die ganze Zeit hier Aktien im Blick haben oder sonst was, dann muss ich mir halt einen Sachwert holen, den ich weglegen, wegstellen, den ich einfach kaufe und gut ist, so, und dann kaufe ich mir vielleicht im Grunde ein Stück Wald, schicke da jedes Jahr einmal den First da rein, der schaut, dass da nicht der Borkenkäfer drin ist und that's it, aber dann habe ich auch keinen Stress mehr, weil dann ist es aus meinem Kopf, also da muss man schon sagen, diese ganzen vorgeschobenen Argumente, ja, man kann nur mit viel Geld und es geht nur mit einer gewissen Masse und sonst irgendwas, das sehe ich gar nicht so und dieses Argument lasse ich nicht zählen, weil ich finde, dass mit jedem Euro, den man hat, es Möglichkeiten gibt und auch in Deutschland gibt es diese Möglichkeiten noch, also so schlecht stehen wir im internationalen Vergleich nicht da, in Sachwerte investieren zu können, ganz im Gegenteil, ich komme ja ursprünglich aus der Steuerberatung und ich finde eine Sache ganz interessant, dass der Staat dir ganz genau zeigt, welche Investments Sinn machen, indem er diese Investments steuerlich bevorteilt, überleg mal, Gold steuerfrei, grundsätzlich Edelmechanter steuerfrei, Immobilien steuerlich bevorteilt mit Abschreibungen und sonst irgendwie, Kapitalerträge aus Aktien und sonst irgendwie vorteilhaftig, also der Staat sagt dir ja, was du machen sollst und mit was es funktioniert im Endeffekt. Ja, wichtiger Punkt, genau, am besten, das hängt auch nicht vom Betrag ab, vielleicht klang das ein bisschen überheblich, Routinen aufzubauen, frühzeitig, du fängst an zu arbeiten, auch in jungen Jahren, du legst, Berufs, du warst ja auch bei mir der Fall, du fängst mit 25, 15 Euro an, was für dich dann am Anfang viel ist und du entwickelst deine Routine und belohnst dich ja jeden Monat am Anfang des Monats selbst, weil du sagst, okay, von meinem hart erarbeiten Monatslohn lege ich jetzt was auf die Seite, wovon ich dann später auch was profitieren kann, sei es jetzt eine schöne Reise, eine Urlaubsreise, eine Weltreise, ich kann früher in Rente, kann irgendjemandem ein Geschenk machen, kann eine schwere OP für meinen besten Freund zahlen oder halt auch mal was geben, anderen, die vielleicht auch bedürftiger sind, auch das ist ja eine Kunst, was viele nicht wissen, dass das einem viel mehr gibt, wenn man anderen gibt, weil es gibt auch dieses Sprichwort, das einem dann doppelt zurückkommt im positiven Sinne und da auch ein Karma bildet und wie du sagst, Glück, ich habe so viele Kunden, die auch teilweise unglücklich sind mit ihrer Situation, obwohl sie vermögend sind, Glück hängt immer von dir, aber du stehst jeden Morgen auf, du entscheidest für dich, jetzt kommen wir eigentlich schon in den psychologischen Part, wo ich mich halt auch mit Persönlichkeitsentwicklung etc. mit beschäftigt habe, aber letztendlich ist es ja so, wenn ich in die Retrospektive reflektiere, man, die schönsten Dinge haben wenig mit Geld zu tun gehabt, in meinen bisher noch jungen Jahren, wie bei dir wahrscheinlich auch. Ja, ja, das ist vollkommen richtig, also man macht sich da immer selbst ein bisschen was vor, aber wie du es richtig sagst, wenn man das ganze Revue passieren lässt, da merkt man schon, dass die wenigsten Sachen, die man im Kopf hat, dadurch resultiert sind, weil man sie sich gekauft hat oder sonst irgendwas, sondern weil man sie erlebt hat. Das ist ganz klar der Fall und das ist auch immer so ein bisschen das Problem bei unseren, also allgemein unseren Talks, also deinen und meinen auf unseren Channels zum Beispiel auch, es geht ja hauptsächlich um Geld und Geld vermehren und sonst irgendwas. Das ist natürlich, natürlich ist das wichtig und da braucht man auch nicht drüber rumreden, dass das Geld dir natürlich viele Sachen ermöglicht, aber es ist bei Weitem nicht alles, das ist schon klar, also etwas erleben, etwas für sich selbst machen, für jemand anders was machen, das kannst du mit Geld und mit Rendite und mit sonst irgendwas natürlich nicht aufwiegen, das ist auch eins, was klar ist. Ja, es gibt ein gutes Sprichwort von Johann Wolfgang von Goethe, das führe ich mir immer wieder vor Augen. Das ist ein gutes Zitat, am Ende ist Geld doch das Zeichen aller Notwendigkeiten und Bequemlichkeiten des Lebens. Du kannst dir alles schöner machen, du kannst eine schöne Couch holen, bequemeres Auto, dann noch eine Nackenmassage, Airscarf, alles Mögliche. Aber um dein inneres Glück zu befriedigen, das ist alles die kurzzeitige Befriedigungsimpuls, aber langfristig, wie du sagst, da zählen Erlebnisse auch größtenteils mit Personen und Ereignisse etc. Momente. Und das macht doch das Leben aus und da sind wir wieder beim Thema. Ich finde es schön, dass viele Leute hier jetzt auch zu der sommerlichen Temperatur nach draußen gehen, das Leben genießen. Wir tun unseren Teil, du, der wirklich Chapeau noch an deiner Stelle. Ich habe das ja beobachtet, wie du den Kanal da von Anfang an aufgezogen hast und machen da unser Bestes, bleiben weiterhin beharrlich an unserer Thematik dran und ich denke, dass irgendwann steht der Tropfenhüll den Stein. Werden wir das auch voranbringen, das Thema Geldpolitik. Das ist richtig. Mir liegt noch ein bisschen, was, also mir brennt noch ein bisschen was unter den Nägeln und zwar möchte ich noch mal gerne auf ein Thema eingehen, um mal wieder zu dem Thema Geld und Gold und jetzt in dem Fall Silber zu kommen. Weiß jetzt nicht, ob ich bei dir der richtige Ansprechpartner bin, aber du machst ja, du kennst dich ja in dem Thema Edelmetalle an sich grundsätzlich aus. Silber heißt ja so der kleine Bruder von Gold. Jetzt ist Silber nicht annähernd so oder ja, aus dem Quark gekommen, sage ich jetzt mal, wie Gold, sondern hing noch so ein bisschen hinterher. Aber ist Silber denn wirklich so interessant als Investment, weil es wird ja auch häufig und viel in der Industrie benutzt und so weiter und so fort. Das Vorkommen ist ja um ein Vielfaches höher wie bei Gold. Ich bin da immer so ein bisschen unschlüssig und habe auch noch nie so eine richtige, ehrliche Meinung dazu bekommen, ob Silber wirklich ein Investment ist oder ob man das halt einfach, ja, mitmachen kann, aber jetzt nicht so brutal interessant ist. Ja, ist eine gute Frage. Also werde ich auch oft gefragt, wie man die Aufteilung beispielsweise vom Betrag X vornehmen soll, prozentual. Wir bieten ja bei uns vier Metalle an, Gold, Silber, Platin und Palladium, wobei die Weißmetalle, also sprich Silber, Platin und Palladium, da eine untergeordnete Rolle bei den meisten Kunden spielen. Es ist so, wir können es ja mal von der Vergangenheit her aufrollen, ist so, dass Gold halt eine viel längere Historie hat und sich dadurch bewiesen hat, dass es konstant natürlich unter schmalen Schwankungen steigt. Bei Silber sieht es anders aus. Silber hat so seine Peaks, es hängt dadurch bedingt, dass es in der Industrie benutzt wird, viel von der wirtschaftlichen Lage. ab, also wird prompt die Wirtschaft, wird Silber viel gebraucht und der Preis steigt. Es hängt jetzt von den Prioritäten ab, also was für ein Typ ist man? Es gibt viele, die sagen, Silber ist eine Riesenchance. Stimmt auch, es wird gerade in Indien, in den aufstrebenden Schwellenländern, wird Silber ohne Ende gekauft. Es wird in der Industrie viel benutzt, ich glaube, allein in der Medizin in über 5000 Anwendungsbereichen, es ist antiseptisch, es hat viele positive Eigenschaften. Der Preis reflektiert es aber an der Börse nicht wieder. Zudem hast du noch den Nachteil bei Silber, wenn du es nicht gerade zollfrei lagerst, in der Schweiz musst du 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Plus den Aufschlag beim Kauf von der Münze an den Verkaufspreis, da bist du bei ungefähr zum reinen Spotpreis, also den Preis, der einmal am Tag an der Börse in London fixiert wird, bist du bei 25 bis 30% Aufschlag. Das muss man sich halt bewusst sein. Das heißt, für größere Volumina bietet es sich in meinen Augen, die 25, 30% erstmal reinzuholen, was du anfänglich letztendlich als Abschlag hast, schwer. Ja, außer du machst es über das Zollfreilagerung, was wir anbieten, dann hast du die 19% nicht. Es gibt Silber und es gibt Goldbugs. Man kann die Frage von dir, es ist wirklich eine gute Frage, weil die oft vorkommt, man kann die nicht, wir haben auch Kunden, die sind rein in Silber, wir haben Kunden, die sind komplett in Gold, auch wirklich große Beträge, nur auf ein Pferd, nur auf das andere. Lässt sich pauschal jetzt nicht sagen. Ich bin eher, also meine persönliche Strategie, ich bin eher auf Gold fixiert, weil ich einfach ruhiger schlafen will. Du hast geringere Schwankungen, du hast, auch vom Aufbewahrungsgegenstand ist ja so, dass bei Silber auch schon ab fünfstelligen Beträgen du halt auch schon gewichtsmäßig da auch viel hast. Ja, stimmt, klar. Noch schlimmer ist mit Bronze, also ich habe letztes Mal irgendwo manchmal keine Bronze investiert, aber da dachte ich mir, wui, das ist ja, wenn du das nach Hause haben willst, dann musst du mal die Tragkraft deiner Decke mal messen lassen, weil das ist ja schon eine Menge dann. Bei Kupfer ist es genauso, da kannst du ja gleich einen Kipplaster bestellen. Es war Kupfer, sorry. Kupfer. Es war Kupfer, genau so. Ja, 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 das ist Wahnsinn. Also da kannst du hier für relativ schmales Geld gleich so einen riesen Barren kaufen. Der schaut toll aus, das ist echt cool. Ich habe da bei mir in der Firma jemand einen Briefbeschwerer aus Kupfer, der schaut mega edel aus, das würde mehrere tausend Euro kosten. Ich glaube, der hat mir 150 Euro gekostet, schaut aber richtig gut aus, klar, weil der so riesig ist dann auch. Aber das ist natürlich, ja, schon ein Gewichtsproblem dann auch. Ja, Kupfer haben wir jetzt auch neu ins Programm mit aufgenommen als exotischer Baustein. Aber wie du sagst, ich meine 5 Kilo, da bist du bei ein paar Euro, ja. Niedrig dreistellig. Und da geht es halt relativ schnell in gutes Gewicht. Also im Dachboden ist es dann schwer aufzubauen, eher dann in der Kellerecke. Ja, ja, spannend, spannend. Aber es zeigt ja auch, dass es wie so häufig ist, grundsätzlich im Vermögensaufbau. Da ist ja, Edelmetalle ist ein Teil des gesamten Vermögensaufbaus. Und innerhalb der Edelmetalle kannst du dann halt auch nochmal streuen. Ich meine, wenn du dann doppelt und dreifach abgesichert bist, weil du sagst, du hast neben Edelmetallen noch Aktien, noch Beteiligungen, du hast noch Immobilien. Und du hast natürlich, und wie gesagt, das braucht man da auch nicht unter den Teppich kehren, du brauchst auch ein bisschen Fiat-Geld. Das ist kein Thema. Du brauchst Devisen vielleicht auch ein bisschen, damit du einfach auch ein bisschen handlungsfähig bist. Das ist so meine Devise. Aber wenn du dann ordentlich dich überall aufstellst und nochmal die Betonung, dazu brauche ich nicht unfassbar viel Geld, das geht auch mit überschaubaren Volumina, dann bin ich so gut aufgestellt, dass ich dann auch durchaus ganz entspannt ein Eis essen gehen kann an einem schönen, sonnigen Tag. Ja, weil das Leben sollte man schon genießen und nicht alles auf Sparen dann fixieren und Automatismus ist gut, wenn man den implementiert hat. Und das andere, dann spielt eigentlich nur noch die Zeit eine Rolle, das über einen langen Turnus, am besten, im besten Fall über Dekaden lang durchzuziehen, wirklich konsequent. Da auch zu sparen, sei es jetzt mit einer Bonus, mit einer Steuerrückerstattung, mit monatlichen, es gibt ja so viele Möglichkeiten, in dem Bereich zu starten, flexibel und wie du sagst, dann gibt es nur noch Nuancen, kaufe ich mir jetzt eine Münze, kaufe ich mir ein Bachen, bewahre ich ein bisschen daheim, packe ich ein Tresor ins Ausland und das sind dann feine Nuancen, über die man sich dann, das sind dann Luxusgedanken, sage ich immer, die man dann im Gespräch herausfinden kann, aber wenn man dann erstmal so eine ausgewogene Strategie fährt, dann ist doch schon mal die Hälfte der Miete bezahlt. Wo du darüber sprichst, merke ich gerade, wie unflexibel eigentlich diese ganzen Banken und Versicherungsprodukte sind. Also wie du jetzt gesagt hast, ich kann mir aussuchen, was ich nehme, vier, fünf verschiedene Edelmetallsorten, ich kann mir aussuchen, welche Stückelung, welche Größe, wo ich die gelagert haben will und sonst irgendwas und bei der Versicherungspolizei, ich meine, natürlich habe ich da ein Potpourri an Versicherungsgesellschaften, dann habe ich noch vorgebunden oder klassisch, sondern gehe ich in die vorgebundene rein, dann kann ich vielleicht noch aktiv oder passiv, ja und that's it, also ich kann da, ich kann da wenig gestalten und kann wenig, mein individuelles Anlageportfolio, mein Horizont, den ich ja vielleicht irgendwo habe, kann ich sehr selten umsetzen und ich glaube, gerade in der aktuellen Zeit ist das eine ganz wichtige Sache, auch die individuelle, die individuelle Präferenz und das, was man erreichen will, mit zu berücksichtigen und deswegen glaube ich, dass eben diese klassischen, ich stülpe einfach einen Mantel über dich drüber, lieber Kunde, und diesen Mantel, den gibt es 400.000 Mal in Deutschland und der passt schon auch für dich, das ist halt, das war noch nie, das muss man ja auch dazu sagen, das war noch nie geeignet für Vermögensaufbau, aber ich glaube, es war so heute, heute noch nie so ungeeignet wie heute, würde ich mal behaupten. Ja, definitiv, ich meine mich zu erinnern, Felix, repidier mich da, dass du ein oder im Jahr, glaube ich, einmal fütschen kannst oder alle zwei Jahre. Es gibt Tarife, wo du das darfst, aber es gibt auch Tarife, wo du das gar nicht machen kannst, also wo du dann die Handhabe gar nicht hast und auch zu dem Thema der Nachhaltigkeit, ich meine, also ich bin nicht derjenige, der sich jetzt da, der jetzt für die Nachhaltigkeit auf die Straße geht oder so, das nicht, aber viele Leute propagieren ja für sich selbst, dass sie ein sehr, sehr nachhaltiges Leben haben wollen und wenn ich mir jetzt diese Versicherungspolizen anschaue, dann ist das alles andere als nachhaltig, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ist alles okay, aber ich kann nicht durchblicken, wo mein Geld investiert wird, in welche Projekte, was da mitfinanziert wird, ob ich jetzt sagen, wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich will nicht, dass in Waffen investiert wird, dann bin ich bei den meisten Versicherungspolizen und Manteln bin ich einfach falsch aufgehoben, weil damit verdienen die halt unfassbar viel Geld, die sind natürlich da in der Rüstungsindustrie investiert, was auch kein Problem ist, alles okay, aber dieses Thema muss man, wenn man sich da auf dieses Thema Nachhaltigkeit und so weiter und so fort einen darauf fokussiert, dann sollte das meiner Meinung nach auch einen gewissen Stellenwert haben in dem Thema der Vermögensanlage zum Schluss und dann sollte man da nicht bei Banken und Versicherungsprodukten aufhören zu gucken und zu sagen, ja, das ist ja die Bank, das ist ja die Versicherung, das geht mich ja da nichts mehr an, hinter mir die Sintflut, nee, dann bis zum Schluss durchgucken und schauen, bin ich damit einverstanden oder nicht und wenn nicht, muss ich halt aus den Dingern raus, das hilft nichts. Aber da, Felix, guter Punkt, glaube ich, helfen die Sozialmedien, weil du ja alles heutzutage auch durchgekaut bekommst und das ist der Nachteil der Versicherung, die Transparenz, die nicht gegeben ist, die maßgeblich Leute letztendlich dann auch verwirrt und also selbst mit BWL-Studium etc., sorry, aber es versteht kein Mensch, diese mathematischen, das sind hochbezahlte Aktuare in den Versicherungsgesellschaften, die berechnen auch die ganzen Sachen, wie hoch die ganzen Verwaltungskosten, das ist ja, da machst du ja dann Aufklärungsarbeit, das ist ja teilweise rent, zweistellig 20, 30, 40 Prozent, hat man ja da schon verloren, dann mit Bindungsfristen und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, du musst ja heute maßgeschneiderte Lösungen, individuelle mit der Flexibilität auch jederzeit zur Verfügung zu haben und darauf zurückzugreifen zu können, auf sein Erspartes. Ja, klar, das ist definitiv so. Auf der anderen Seite ist natürlich, du hast gerade Social Media als Aufklärungskanal genannt, definitiv, was mir aber immer wieder auffällt, dass trotzdem immer noch und vor allem auch über Social Media viele Finanzinfluencer und so, die sagen dann, oh, und du bist steuererstattet, bekommen und so weiter und so fort, da habe ich das perfekte Produkt und dann schaust du drauf und dann verkaufen die dir halt eine Rürobrente, wo ich mir denke, das ist also unglaublich und die Leute kriegen das dann häufig nicht mit, weil es halt als Steuersparmodell oder sonst irgendwas verkauft wird, also auf der einen Seite Aufklärungsarbeit über Social Media, ja, auf der anderen Seite trotzdem Multiplikator für genau diese Produkte, die sich halt schon seit Jahrzehnten nicht lohnen, also für und wieder. Ja, definitiv, da hast du, das ist so die Kehrseite und diese Gier nach immer schnellen Renditen, da lassen sich halt auch viel. Ja, ja, gut, das geht immer, schnelle Rendite und Steuern sparen, das sind so zwei Sachen, die extrem ausgeprägt sind, wahrscheinlich in der gesamten Bevölkerung, aber ich glaube, wenn man diese beiden Laster, die wahrscheinlich jeder Mensch so irgendwo in sich trägt, schnelle Rendite und irgendwie dem Staat dann noch ein bisschen Steuern aus den Rippenleiern, wenn man diesen beiden Begierden widerstehen kann, dann glaube ich, hat man ein solides Portfolio und dann kann man auch über eine gewisse Zeit hinweg mit der Geduld, die man dann natürlich braucht, einfach ein deutlich größeres Vermögen aufbauen, wie diejenigen, die halt schnell vermeintlich Rendite erreichen und dann schnell auch wieder viel verlieren, schnell gefrustet sind und dann schnell auch wieder neu anfangen müssen und wenn man da so eine konstante Linie drin hat, ich glaube, da kann man nichts falsch machen und dann, ich denke mir dasselbe ja auch immer, manchmal denke ich mir, ich bin, ich gerade so ein bisschen ins Hintertreffen, weil Leute von irgendwie 100, 200 Prozent Rendite sprechen in einem Jahr und ich schaue bei mir und sage, oh, ich komme so auf 10 und dachte, das wäre schon gut und 8 bis 10 Prozent und die sprechen von 100 irgendwie, Oh, Früchtl, was machst du nur falsch? Aber unterm Strich, glaube ich, muss man da schon immer die Kirche auch im Dorf lassen und sagen, einfach solide über die Jahre hinweg und ohne großartig sich auf die Brust zu trommeln, sondern ganz smooth und dann kommt man auch bei dem Ziel an, dass man sich irgendwann setzt. Definitiv, das hat auch Warren Buffer gesagt, jeder will schnell reich werden, anstatt langsam über die Zeit reich zu werden und ich glaube, das sollte man sich vergegenwärtigen und nicht da diesen ganzen Hypes hinterherlaufen. Das ist doch ein gutes Schlusswort, Florian, glaube ich, dass du da uns zitiert hast von Warren Buffett. Wenn jetzt jemand auf dich aufmerksam geworden ist und gesagt hat, oh, der Florian, den würde ich gerne häufiger hören oder sehen, wie kommt man denn dazu? Ich habe auch noch ein Angebot, Felix, da mit dabei, für die Zuschauer beziehungsweise die Abonnenten, wenn sie sich in unseren Newsletter eintragen, der ist kostenlos, bekommen sie auch von uns ein frisch ausgearbeitetes White Paper zum Thema Aktien, Bitcoin, ETFs, also so diese Grundlagen, die man wissen sollte und das bekommen sie dann auch noch als White Paper sozusagen mit Abonnement dann digital zugestellt. Das ist jetzt ein Angebot von unserer Seite, würde man dann in der Bio dann verlinken. Dann machen wir das doch so, dann verlinken wir das hier entweder unter oder über dem Video, je nachdem, wo man uns sieht oder hört und dann sage ich danke dafür, Florian und ansonsten, du hast ja auch noch einen YouTube-Channel, du bist auf jeden Fall auffindbar, wir verlinken das alles auch noch mal unter dem Video und hat mich gefreut, dass wir wieder digital zumindest zusammengekommen sind. Wir haben ja geplant, dass wir das vielleicht mal physisch irgendwo in einer von unseren beiden Studios aufnehmen können. Ich würde sagen, Flo, das nehmen wir uns vor für das dritte Gespräch dann. Für das dritte Gespräch oder demnächst zehnmal uns ja auch physisch. Genau, richtig. Stimmt, stimmt. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Felix. Macht mir immer wieder eine Freude und man merkt hoffentlich unsere Passion und alles Gute dir weiterhin. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut und bis bald. Danke. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020